In diesem Video geht es um das Musical The Full Monty. Ich erkläre dir die Entstehung, die Handlung und die Besonderheiten des Musicals. Das Musical The Full Monty basiert auf einem britischen Film aus dem Jahr 1990. Der Film erzählt die Geschichte von sechs arbeitslosen Männern, die sich entschließen, eine Stripshow zu veranstalten, um Geld zu verdienen. Der Name The Full Monty ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für alles oder nichts, was auf die Bereitschaft der Männer hinweist, sich komplett auszuziehen. Nach dem großen Erfolg des Films wurde das Konzept als Musical adaptiert. Das Musical-Debüt fand im Jahr 2000 in San Diego, Kalifornien, statt. Während der Film in Sheffield, England, angesiedelt ist, verlegt das Musical die Handlung nach Buffalo, New York. David Jansbeck komponierte die Musik und die Liedtexte, während das Buch von Terrence McNally stammt. Das Musical stellt verschiedene Charaktere vor, die alle mit unterschiedlichen persönlichen und sozialen Problemen konfrontiert sind. Dazu gehören Jerry, der das Sorgerecht für seinen Sohn gewinnen möchte, und Dave, der mit Selbstwertproblemen kämpft. Jeder der Männer hat seine eigenen Gründe, an der Stripshow teilzunehmen, und im Laufe des Musicals erleben sie eine Reihe von Veränderungen. The Full Monty behandelt eine Vielzahl von Themen wie Arbeitslosigkeit, Vaterschaft, Körperbild und Freundschaft. Es zeigt, wie Menschen in schwierigen Situationen kreativ werden, um ihre Probleme zu lösen. Trotz der ernsten Themen hat das Musical viele humorvolle und herzerwärmende Momente, die das Publikum zum Lachen bringen. Die Musik von David Jansbeck vereint verschiedene Stile wie Rock, Pop und Jazz. Diese Vielfalt spiegelt die unterschiedlichen Emotionen und Situationen der Charaktere wieder. Lieder wie Scrap und Let It Go sind wichtige Elemente, die die Handlung voranbringen und den Charakteren Tiefe verleihen. Das Musical wurde überwiegend positiv aufgenommen und für zahlreiche Preise nominiert. Es hat eine Tony-Auszeichnung für die beste Orchestrierung gewonnen und war für neun weitere Tony Awards nominiert. Die Kritiker lobten vor allem die Musik und die darstellerischen Leistungen. Nach seinem Erfolg in den USA hat The Full Monty auch andere Länder erobert. Es wurden Produktionen in Großbritannien, Australien und anderen Ländern inszeniert. Die universellen Themen und der humorvolle Ansatz machen das Musical für ein breites Publikum ansprechend. Obwohl das Musical auf dem Film basiert, gibt es einige bemerkenswerte Unterschiede. Neben der Verlegung der Handlung in die USA wurden auch einige Charaktere und Handlungsstränge für die Bühnenversion modifiziert. Das Musical bietet auch mehr musikalische Nummern, die den Charakteren und der Geschichte mehr Tiefe verleihen. The Full Monty hat nicht nur Unterhaltung geboten, sondern auch dazu beigetragen, ernste soziale Fragen ins Bewusstsein zu rücken. Durch seine humorvolle Herangehensweise und vielschichtigen Charaktere lädt es das Publikum ein, über Themen wie Arbeitslosigkeit und Körperbild nachzudenken, während es gleichzeitig unterhält. Das Publikum hat nicht nur Unterhaltung geboten, sondern auch dazu beigetragen, oder weniger Charaktere. Das Publikum ist jetzt inst synchronisiert.